Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy Type-Zero. Okay, ähm, ja, wie lange habe ich jetzt kein Final Fantasy mehr aufgenommen? Bestimmt zwei Wochen. Ähm, und das heißt, eigentlich müsste ich jetzt Mega-OP werden. Aber ich glaube nicht, dass das vom Spiel zuvor gesehen ist, oder? Mal gucken. Level up. Level up. Level up. Ja, ich, ja. Ja, ich wollte schon sagen, das ist bestimmt nicht vom Spiel vorgesehen, dass man mehr als drei Level oder so schafft. Naja, Level 42 ist ja immerhin schon mal gar nicht so schlecht. So, ich glaube, wir wollten heute mal ein Schilligen machen. Das heißt, wieder mal ein bisschen durch die Akademie gehen, ein bisschen mit ein paar Typen quatschen. Ne, kennt man ja. Und, äh, dann wollte ich vielleicht Offscreen ein bisschen trainieren, ne? Obwohl, ich glaube, ich muss das eigentlich gar nicht. Oder muss ich noch trainieren? Ich würde einfach mal sagen, nein. Ich will hier irgendeiner mit mir reden. Nö. Auf welchem Level ist denn hier eigentlich? Ach! Moment mal. 37. Habt ihr Bock auf den Feldeinsatz? Ach so. Haben wir Bock auf den Feldeinsatz? Ich, ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Wobei, das wird bestimmt schwer. Aber. Ah, der Feldeinsatz wäre natürlich schon geil. Habe ich auch noch nie gemacht. So, ich habe, ich habe jetzt, äh, ich muss kurz mal was nachgucken hier. Ah, okay. Okay, alles gut, alles gut. Ich, ich wollte nur nachgucken, ob, äh, mein, äh, mein Controller geladen ist. Hast du, äh, kurz Zeit? Ja, klar, ja, klar für dich immer. Was? Nein, es ist gar nichts Wichtiges. Ich bin in meiner Klasse nur ständig alleine. Habe niemanden, mit dem ich mich so richtig unterhalten kann. Die Kadetten meiner Klasse haben alle ihren Freundeskreis. Und ich scheine irgendwie zu keinem gehören. Meine Freunde sind wahrscheinlich auf dem Schlachtfeld umgekommen. Ich kann mich erinnern, dass es zuerst so jemanden gab, mit dem ich viel Zeit verbracht habe. Aber ich kann mich nicht mehr an das Gesicht dieser Person erinnern. Jetzt bin ich in meiner Klasse also ständig alleine. Das macht nicht wirklich Spaß. Ja, mein lieber Freund, forever alone, würde ich nochmal sagen. Da ist es natürlich ein bisschen wieder. Und mit einem Feldeinsatz könnten wir auch ein bisschen trainieren, ne? Oh, das wäre so geil. Ey, ich habe voll Bock auf diesen Feldeinsatz jetzt. Ich meine, die nächste Mission wird schwer. Wir kommen auch langsam, äh, Echt in den Bereich, wo die Missionen angefangen haben, äh, krass zu werden. Ich würde einfach mal sagen, wir machen heute einen chilligen. Sprechen mit den ganzen Personen. Und im nächsten Part, im nächsten Part, hätte ich Bock, mit euch einen Feldeinsatz zu machen. Das wäre doch was. Hi. Es hat einen tollen Versuch. Aber jetzt der Dominion hat eine definitivere Chance von gewinnen. Ja. Wir waren in Bezug auf die Zahl. Aber die Tide haben geflogen. Die nächste Bühne wird das alles fertig sein. Ich habe mir gedacht, seitdem. Es muss alles auf, ob wir, oder nicht... Wir können effektivisch kontrollieren die Tide der Bühne. Oh, oh, wie warst du, was ich zu sagen? Huh? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, aber ich fühle mich, dass wir diese gleiche Gespräche hatten. Ich habe das nie gesagt. Ist das das Deja Vu, was dich beeinflusst? Das würde ich nicht sagen, was du sagst. Unless, dass sie wirklich alles gehört hat. Ich frage mich, was es ist. Ist etwas falsch mit mir? Aber als Mutter mich sah, sie sagte, dass ich perfekt bin. Wenn Mutter so sagt, dann solltest du dich gut sein. Ja, ich glaube. So, Mogri. Alter! Ist ja geil! Oh, richtig viel Magie hier lernen. Nice! Wisst ihr, was ich auch mal machen müsste? Das mache ich aber dann vielleicht offscreen. Meine ganzen AP mal investieren. Weil, wenn ich jetzt hier hingehe, sehe ich, ich habe mit der, warte wo war's, da 62 AP. Alter, damit könnte ich gefühlt alles machen. Die könnte ich mir in den Arsch schieben. Ja, ja. Ich möchte überspringen. Da ist man gegen zwei gestiegen. Neuer Tag bricht an. Ah, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. So, dann überspringen wir auch. Und dann wären wir hier auch schon fertig. Gehen wir mal kurz mal beim Friedhof gucken. Denn am Friedhof sind eigentlich immer irgendwelche Dudes. Die aber anscheinend nicht mit dem... Ah, da war ich ganz im Friedhof. Viele Menschen sterben. Vielleicht ist es, weil ich sie nicht erinnere. Aber... Es fühlt sich einfach nicht real. Wir sollten uns dankbar sein, für alles was die Crystal für uns macht. Um zu denken, wie ich fühle, wenn ich all diese Leute erinnere. Das gibt mir Schill. Ja, das ist sicher. Ich wundere, dass wir können, um zu kämpfen. In Wahrheit, wenn es nicht für die Crystal ist, wir können nicht weitergehen. Ja. Aber... Aren't du Angst? Ich meine... Even nur ein bisschen? Huh? Angst? Well... Was, wenn ich... Ich bin einfach zu sterben? Dann würde ich mich nicht erinnern? Selbst wenn ich sterbe, um jemanden zu schützen, würde ich mich vergessen. Sie alle sind. Und so würde Machina. Ja. Also... Ich würde mich lieben, wenn ich sagte, dass es nicht schuldig war. Aber... Ich fühle mich noch besser, zu wissen, dass niemand von uns zurück wird, von Ghosts des Vergangen. Wir sind Cadets, Yo. Weißt du? Wir sind Cadets, Yo. All of us chose this path, knowing death is waiting for us, right around the corner. Ich will, Menschen zu erinnern, nachdem du sterben will. Ich will, Menschen zu erinnern, nachdem du sterben will. Ist das... Hm. Das ist eine gute Frage. Ah, guck mal hier. Moin Ace. Wir haben alles gegeben, um es bisher zu schaffen, oder? Ja, klar. Seit dem Befreiungskampf ist einiges passiert. Machina und Ram wechselten in unsere Klasse. In Togoref konnten wir die Macht eines LCs mit eigenen Augen sehen. Unsere Erfahrungen in Milites waren wohl die schlimmsten. Ich dachte wirklich, wir würden das nicht schaffen. Als wir uns in die alte Baracke versteckt haben, war ich sicher, man würde uns schon bald entdecken. Ich war ziemlich nervös. Aber mit euch an allem an dem Feuer zu sitzen, hat echt viel Spaß gemacht. Wir haben unsere Schwierigkeiten miteinander, aber ich glaube, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Wie Geschwister eben. Das kann gut möglich sein. Na gut, olle Ace. Mann, der Junge. Gut. Gucken wir mal noch in den anderen Räumen vorbei. Und ich freue mich jetzt schon unglaublich auf diesen Kerk-Befreiungskampf da... Ich habe vergessen. Feldeinsatz, Feldeinsatz. Entschuldigung. Befreiungskampf. Es war alles dasselbe. Gut. Das macht mal so hart im nächsten Part. Du hast einen Auftrag, ist mir jetzt gerade kag-egal. Ich suche jetzt gerade nur nach Leuten, mit denen ich ein bisschen talken kann. Obwohl... Finde für die keine Informationen über Oriens von unseren Zeitrechnungen. Irgendwo in Oriens soll es ein Geschichtsbuch geben. Äh... Okay. 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 Irgendwo in Oriens. Habe ich nicht mal so ein Buch gefunden. Wo ich erst gedacht habe, ein Busch. Dabei war es ein Buch. Ein Busch wäre cool gewesen. So, will je noch irgendeiner mit mir talken? Torki 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 Torki. Nein. Jack. Als nächstes als Milites, ja? Habe ich nicht so tolle Erinnerungen daran. Ach man, Jack. Jack, du machst sie ja alle fertig. Gut. Das heißt nur noch die anderen Räume. Wir fangen natürlich wieder oben an. Äh, Magie. Das ist... Das ist der einzige Ort, wo ich nicht hin muss. Doch die Schokobuchstallung dann auch nicht. Weil hier nie was abgeht. Und trotzdem gehe ich da immer einfach aus Reflex hin. Er ist großartig. Haben wir eigentlich mal Schokobus gepaart? Ja, ne? Dann können wir eigentlich auch mal da vorbeigucken. Fällt mir grad mal so ein. Ah, damit wir talken. Der Kubo. Hey. Viele Kadetten meiner Klasse sind umgekommen, Kubo. Unsere Forschungsstätte in einer Sackgasse, Kubo. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Hm. Wer ist denn? Wir haben das Kampfes an der großen Brücke. Wer hat einen Kadetten der Klasse 11 als Versorgungstopp eingesetzt, Kubo. Fünf von ihnen bildeten eine Einheit, die aber ausgelöscht wurden, noch bevor sie die Front erreichten. Man kann eben eine in Kampf unerfahrene Forschungsklasse nicht einfach in die Schlacht schicken, Kubo. Ich darf mich jetzt um das ganze Chaos kümmern, das das hinterlassen hat. Einige der Kadetten haben ihre Forschungsergebnisse nicht ordentlich notiert, bevor sie ausgezogen sind, Kubo. Und andere haben ihr Material nicht weitergegeben. Also es sind viele Proben schlecht geworden, Kubo. Da wird doch der Schokobo in der Pfanne verrückt, Kubo. Als wäre es mit unseren geringen Forschungsbudgets nicht alles schon schwierig, Kubo. Da wird ja der Schokobo in der Pfanne verrückt. Willst du da mir jetzt sagen, du prätzt dir Schokobos? Ne, das sehe ich nicht ein. Gibt es hier keine Polizei oder sowas in Final Fantasy? Ich würde jetzt mal gerne hier eine arrangieren. Das geht so nicht. Man kann nicht einfach mal einen Schokobobraten. Das sind Freunde. Freunde brät man nicht. Hallo! So gut ist es nicht gelaufen, aber irgendwann habe ich Profit gemacht. Hier sind deine 1000 Geld. Nicht alles auf einmal ausgeben hast du. Oh, ich kriege mein Geld wieder! Mensch! Mädel! Dankeschön! Was geht bei dir ab, ey? Der nächste Kampf soll also sein letzter sein. Wir dürfen keine Probleme haben, wenn wir einfach so vorgehen wie immer. Ja, sagt das mal nicht. Der kann schwieriger werden als gedacht. Äh, da gehen wir noch in den... Wir waren jetzt gerade im Gemeinschaftsraum, ne? So, einer mit mir talken? Ich bin hier zum Reden da. Will sich nicht irgendeiner an meiner Schulter ausheulen? Mann. Wer will sich denn nicht gerne an Savins Schulter ausheulen? Ich schon. Ja. Auch wenn sie einfach nur die Lightning mit weißen Haaren ist. Oh mein Gott. Wie oft? Sag mir jetzt mal ganz ernst. Du stehst hier schon seit Beginn des Projekts gefühlt. Was ist denn falsch? Ja, schön mit deinem Badeanzug. Davon redest du schon seit Wochen. Seit Monaten gefühlt schon. Mann, Mädel. Damit kannst du vielleicht die Jungs geil machen, aber mich nicht. Also, ich meine jetzt selber, ne? Jetzt nicht mitten. Ja. Ich bin weiblich, Leute. Wisst ihr das? Ich habe nur eine sehr männliche Stimme. Ja. Und das auch noch nicht mal. Okay. Jetzt habe ich mich grad ein bisschen verschissen. Ist mir bewusst. Ist mir bewusst. So. Ja. Ein weiterer Gücken zu sehen. Äh. Ja. Mit dem Fehler viel. Militär Schokobo. Jawohl. Ganz wieder. Ja, Schokobo. Ganz neue züchten. Ja, geil. Äh. Männlich. Weiblich. Wie Madkraut. Wie Madkraut. Oh. Ein neues Ei. Ja, vielen Dank. Dann gucken wir beim nächsten Mal wieder vorbei. So. Das heißt. Das war's mit dieser Folge. Wie gesagt. Wir haben ein bisschen mal gechillt. Im letzten Part war ja auch wieder Action. Und im nächsten Part gibt's wieder Action. Mit dem Feldeinsatz. Da hab ich so Bock drauf, ne? Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Ähm. Ich werde jetzt aber erstmal noch wieder. Äh. Äh. Verschluckt. Bis zum nächsten Part, äh. Mit einer Person trainieren. Die Person, die am wenigsten, äh. Ne. Äh. Stufen hat. Und. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ist das Ace? Oder ist das Queen? Kommt mit Kleene. 40, 41, 42. 42. Na, wir sind alle. Wir sind alle tipptopp. Dann nehm ich halt ein Ace, weil der Ace am wenigsten hat. Obwohl, ne, 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 ne. Moment, Moment, Moment. Ne, ne. Ich nehm Jack. Ich nehm Jack. Der Jack, der muss einfach der stärkste Charakter bleiben. Ähm. Moin. Ja, gern beginnen. Vielen herzlichen Dank. Nein. Ich, ich wollte auf Ja drücken. Ja, ja, ja. Hallo. Ah, nur gewiss. Es geht mit dem Stick nicht. Gut. Dankeschön. So, Leute. Wie gesagt. Ein bisschen kürzerer Part. Auch ein bisschen, äh, chillig einfach nur. Aber im nächsten Part machen wir einen verkackten Feldeinsatz. Hab ich noch nie gemacht. Ich hab keine Ahnung, was uns da erwartet. Vielleicht wisst ihr das ja schon. Ich hab keine Ahnung davon. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen heiß darauf. Freunde. Feldeinsatz im nächsten Part. Wird geil. Ich hoffe, ihr schaltet da wieder ein. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss. Tschüss.